Hallo und herzlich Willkommen zu Battlefield 3, Kampania. Ja, das kenne ich. Ich hab keine Bombe. Ich hab echt keine Bombe, ne? Was mich schon... Ach, scheiße! Ich hab auf mein Team geschossen, oder was? Ups. Oh, Mann. Oh, Mann, das ist peinlich. Sorry, Leute. Das ist sowas von peinlich für mich. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden! Na, Mann! Na, Mann! Ich schieße! Ich schieße! Ankleb! Mann, lass mich doch hier weg, du Pisskopf! Mann, lass mich doch hier weg, du Pisskopf! Warte für die Flasche! Ah, Mann, ey! Angriff! Greife an! Wasch, da bleibt die Flakstur! Warte für die Flakstur! Halt, Kontakt! Insel! Geh da! Geh da! Geh da! Geh da! Geh da! Geh da! Das war's. Warum stirbt die Sauer nicht jetzt? Die Frage ist, wohin? Oh mein Gott! Das war's. Das war's. Ja. Ich würde sagen, geradeaus. Da, wo es hell ist. Oh, Bomben habe ich hier ja. Granate. Die eine war für die Scheiße. Hey, auf dich jetzt durchzudrängeln, du. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehme es an. Der Scheiß, die Leute sind wieder da. Wir müssen doch tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße. Fuck, Granate. Hä? Ich hatte auch nur... Oh nein. Haben die zurückgeworfen, oder was? Oh. Fuck you. Los, mach auf da. Ich glaube, das ist die Bank. Der Scheiß, die Leute sind wieder da. Wir müssen doch tun. Scheiße. Wo ist der hin? Oh, ein Reifen. Ein Reifen. Ein Reifen. Hilfe. 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 Der Mistviecher. Ja, es wird gespeichert. Genauso wie die Fiecher. Versterbe. Ja, es wird gespeichert. Oh, was ist das? Warum geht das jetzt hier nicht? Jetzt auf einmal. Nur weil ich hier in der Nähe war. Natürlich mache ich das gut. Ach so, der Panzer ist schon kaputt. Ach nee, da. Das ist schon kaputt. Ups. Feindlichen Panzer zerstört. Gehen wir. Ich finde gut. Ja. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Wo muss ich denn hin jetzt? Ja, dann lauf doch schon mal. Ich bin auch getroffen. Stell dir das nicht so an. Oh, ich kann kotzen, Mann. Das regt mich jetzt auf, Mann. So oft bin ich noch nicht gestorben. Da krieg ich Kopfschmerzen bei. Ja, folgen, los. Ich bin getroffen. Ah, ich bin auch getroffen. Und? Ich bin getroffen. Komm schon, da hoch, los. Los, los, vom Erd. Na, ich... Lauf doch. Das ist ein Sniper-Spiel, nicht wahr? Ich schließe. Ich weiß, dass ich da hinten folgen muss. Aber was will man machen? Ich will nicht sterben. Ich bin noch da. Jetzt komm, beweg dich. Ah, viel besser. Genau, hoch und... Ist irgendwo eine Pissnäcke? Ne. Los, komm. Beweg dich. Hoch da. Los. Hilf mir hoch. Ja, dann komm. Was muss ich drücken? A oder C? Oder E? Oh. Warte, fein. Ich geb dir Deckung, du. Ist keiner im Moment. Du guckst irgendwie unheimlich. Oh, ne. Akrobatik wollte ich hier nicht machen. Was? Ich will nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein. Hä? Ich hab doch gedrückt. Oh, was soll denn das? Willst du mich verarschen? Oh, du bist doch so ein Honk, Alter. Ich hab doch gedrückt, Mann. Was soll ich denn sonst machen? Ich hab doch gedrückt. Ja, komm. Jetzt fang mal an, hier. Ja, genau. Du bist beeilig. Das kann doch nicht wahr sein. Ich drücke doch einmal E und einmal auf der Maustaste. Bei E hat er angenommen, bei der Maustaste hat er es nicht angenommen. Battlefield 3 finde ich besser als Battlefield 4. Oh, ich geh hoch. Und ich mach das jetzt nochmal. Wenn ich wieder sterbe, dann raste ich hier aus. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jetzt. Jetzt. Jetzt hat er meine Maustaste angenommen, die Drecksau. Die olle Sau. Sicher. Ja. Schön. Messer. Du bist dran. Messer? Ah. 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 ich sehe doch deine kackbirne hier deine kackbirne sehe ich ja auch wo ist mein kumpel hier kommen wir mal jetzt ein bisschen rambus spielen jetzt oder zeige ich euch mal wie rambus naja er kann ja mir folgen ja gut jetzt war scheiße oh mann ich erkenne es auch nicht wer mein feind ist und wer nicht ich habe auch keine bombe gehabt ich hab gar nichts mehr egal ich gehe gleich zu anfang dann gleich so rein erst mal messer du bist ja ich war es messer ja 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 Oh, Mann. Ach, komm, Mann. Scheiße, mein Part muss ich jetzt beenden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Gameplay Battlefield 3 Kampagne.